Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Verarschmich Simulator 2015 Ja, auch bekannt als Arc Survival Evolved Nein, das Spiel richtet mich überhaupt nicht auf, ne? Und surprise, surprise, wir haben einen Raptor in der Hütte, immer noch Der kampiert da, weil es ihm Spaß macht Und da ist auch noch die andere Hütte Gucken wir, wie man da drum wohnt, der hat mir dieses Mistvieh auf dem Hals gehetzt Eindeutig So, fehlt es natürlich wieder an Wood Oh ja, falle noch früher um Bravo Was kann ich denn so mitnehmen? Ich kloppe einfach hier drauf ein und gut ist Ach, das wäre eine Versorgungskapsel Nehme ich die mit? Nö, für wat? So Brauchen wir noch ein bisschen Fiber und ein bisschen Wood So Wood hat sich gleich mal erledigt Die nächste Frage ist, was juckt mich denn bitte gerade das Level ab? So, mal ganz kurz gucken Wie viele Kilometer ist das Ding mal wieder weg? Ach komm Wir haben eh nichts zu verlieren Ich sollte vielleicht noch ein bisschen vor Schweinart Unsere Hütte ist eh besetzt Den kriegen wir so schnell da nicht mehr raus Also, was soll's Hier unten kann ich wenigstens schön Fiber ernten So So Komm, bitte, bitte, bitte Das Ding hab ich doch schon Ja klar, jetzt bin ich natürlich noch ruhiger und gechillter, ne? So Ich hab dich so spiel So So Hm? 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 Achso Weiter Fiber sammeln Damit ich wenigstens Etwas habe Was mich eh nicht schützt Und die Marys machen auch wieder Theater Innerhalb von Sekunden mal wieder die Grundausstattung zurecht gefriemelt Bringt uns nix, weil wir gleich wieder sterben werden Dafür musst du gerade sterben Nur weil du da bist So Musst du raus Bin ich froh, bin ich froh, bin ich irgendwann mal ge... Ich muss an den Smitty Ach, ich hab hier ein Level up Damage Können wir gerne mal hochsetzen Hier kann ich auch nochmal gucken Aber es kam nichts dazu Glaube ich, hoffe ich Ich weiß es nicht Mittendrin kann natürlich noch was dazugekommen sein Das hatten wir auch schon mal Wie gesagt, in den tollen Folgen Die kaputt sind Die Woche habe ich irgendwie die Pest An der Hacken mit Ark So, du bist immer noch nicht fertig Ich werde ewig brauchen Diese Hütte zu reparieren Wegen dem Mistviech Na komm, als Maul da drin Wäre schön, wenn das jetzt funktionieren würde War klar, dass das nicht ewig gut geht Oder doch Hat er keinen Bock mehr Stirbt er auch irgendwann Ja, ja, komm Wir haben ja noch Hat das überhaupt einen Sinn, was ich hier tue? Doch, Leute Findet ihr das nicht auch toll? Stirbt er auch irgendwann eigentlich mal? Ja, einen haben wir noch Ich glaube so langsam Das hat irgendwie keinen Sinn Ihr wollt mich doch auch Ein wenig verarschen, oder? Ach, jetzt kann ich auch nur noch einen machen Was fehlt denn jetzt schon wieder? Fiber Oh yeah Und er ist natürlich schon wieder komplett geheilt Alter Verhungern diese Bieste auch irgendwann Würde mich ja mal interessieren Ich wünsche ihm gerade nichts sehnlicher als dem Tod Oh ja Oh ja Ich schmach dir ins Gesicht Na, na, na So war perfekt Höh Jetzt hab ich ihn aufgeschreckt Kommt, Bomas, Bokot, 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 Bokot Komm her Bokot, 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 Bokot Bokot, Bokot, Bokot Mistviech Hör auf! Meine Hütte dazu Hast du Award�� hieß! Komm dir gleich hin, ey Hhhhhhhhhh! 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 Ah klar! Ich glaube so langsam töten durch die Wand zählt nicht, ne? Lass ich kurz was gucken. Natürlich fehlt mir jetzt wieder alles für den Bogen, ne? Wutunfall. Hhhhhhhhhh! Lalalalalala! Wir haben ja Zeit! Achso, 80 Wut. Danke. So. Sag mir nicht, da kommt noch was anderes. Ich bin jetzt aber auch wieder in den Deck gegangen. So. So und so und so. Find ich cool. So Kollege, dann klatsche ich dir jetzt einfach mal ein paar Pfeile vor den Latz. Vielleicht bringt das ja was. Woran fehlt's wieder? Oh, diesmal fehlt's mal ein Flims. Was willst du denn jetzt hier? Willst ich auch noch der Party anschließen? Kann es sein, dass er mittlerweile eine Wand durch hat? Okay, nicht nur einer. Scheiße. Jetzt stirb doch endlich! So, jetzt hab ich nichts mehr. Ja komm doch! Hm. 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 Jetzt stirbt doch endlich! Der kriegt, glaube ich, nicht mal Schrauben, ey! Das kann doch nicht angehen! Äh, jetzt tun wir uns mal schnell ein bisschen heilen. Aber ein paar Verletzungen trägt er schon davon. Ja komm, heil dich! Doch, ein paar Kratzer hat er schon. Na komm, heil dich vielleicht mal ne Runde schneller, als ich halt noch schnell was. Au! Ich krieg dich! Dein Kopf ist mir! Jetzt verreckt doch endlich! Geil dich! Geil dich! Geil dich! Oh, oh! Ich hab meine Hütte wieder. Mist gebohrt. Es ist alles kaputt. Es ist alles kaputt. Nee, nix. Ups. Nein. Cancel. Repair. Oh Gott. So. Wir haben unsere Hütte wieder. Jetzt heißt es reparieren und wieder neu aufbauen. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage gehabt euch wohl und tschüss.